Meine Damen und Herren, liebe Neger, so soll einst Bundespräsident Heinrich Lübcke seine Zuhörer in Afrika begrüßt haben. Heute ist diese Terminologie nicht nur aus der Umgangssprache getilgt, sondern auch aus Kinderbüchern wie Die kleine Hexe oder Pippi Langstrumpf. Die Verfechter der politischen Korrektheit haben sehr früh verstanden, dass sich Macht auch über die Sprache transportiert. Aus nachvollziehbarer Kritik an diffamierenden Begriffen ist mittlerweile eine Hate-Speech-Hysterie geworden, die die ganze Gesellschaft erfasst hat. Wie konnte es dazu kommen? Ich bin Anhänger der These, dass diese Entwicklung mit dem intellektuellen Niedergang der politischen Linken zu tun hat – seit den 80er Jahren, seit der konservativen Revolution durch Reagan, Thatcher und Johannes Paul II. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat Die Linke alle Debatten um die Kernfragen, die sich in freien westlichen Gesellschaften stellen, verloren. Kennen Sie sprachpolizeiliche Initiativen von konservativer Seite? Diese kommen geschlossen von links. Wenn man eine Debatte verliert, versucht man den Gegner mundtot zu machen. Natürlich geht im Netz die Post ab. Natürlich wird dort mit strafbaren Inhalten operiert. Aber wir brauchen keine neuen Gesetze – und schon gar nicht das von Justizminister Maas. Wir leben in einer Zeit, in der sich die politische Debatte in einem gewaltigen Umbruch befindet. Und in einem großartigen Prozess der Demokratisierung. In der durch die Flüchtlingskrise aufgeheizten innenpolitischen Stimmung verschärft sich der Ton in den sozialen Medien. Gleichzeitig löst sich das Meinungsmonopol des Establishments auf. Jeder kann sich an die Öffentlichkeit wenden. Der eine findet Gehör, der andere nicht. Eine fantastische Entwicklung. Und wenn Sie das, was Sie hören, teilweise für Stammtischniveau halten, weil Sie die Sprachhöhe, Floskeldichte und Plattitüdensättigung von Bundestagsreden vermissen, haben Sie zwar recht. Aber fragen Sie sich bitte auch, wie überheblich, undemokratisch und herablassend diese Geringschätzung gegenüber Bürgern ist, die kein abgeschlossenes Hochschulstudium, aber wie jeder andere auch, eine Stimme haben. Headspeech sei das häufig. Haben Zwischenrufe im Bundestag wirklich stets ein spürbar höheres Niveau? Bevor es zu den jetzt vorgesehenen Gesetzgebungsinitiativen kam, wurden die Bürger weichgeklopft. Der therapeutische Staat und seine Multiplikatoren haben unerwünschte Einstellungen als Krankheit, als Islamophobie oder Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit, etikettiert. Ergebnis waren Denk- und Sprechverbote. Und es war genial, mit vagen Begriffen wie Hate Speech und Fake News zu operieren, weil keiner so genau weiß, was das sein soll. Die Rente ist sicher etwa? Oder die Verwendung des Begriffs Wirtschaftsflüchtling, den die linksextreme Amadeo Antonio Stiftung als rechte rassistische Hetze brandmarkt? In Köln gab es eine Ruhe Silvesternacht? Oder die alternativlosen Fake News-Wahrheiten unserer Kanzlerin? Multikulti ist gescheitert. Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Mit Vokabeln wie Hate Speech und Fake News will man zulässige Meinungsäußerungen kriminalisieren, Verunsicherung in die öffentliche Debatte tragen, Verängstigung bei der Wahrnehmung von Grundrechten verursachen. Wir wissen, dass die Kenntnis von systematischer staatlicher Überwachung zur Selbstzensur führt, wenn die eigene Ansicht von der Mehrheitsmeinung abweicht. Es gab kürzlich eine Presseanfrage beim Justizministerium, wie viele Fälle strafbarer Fake News dort bekannt seien. Antwort, keiner. Die Verteidigung von Wahrheit seitens der Politik ist also ein Alibi-Krieg. Angeblich geht es um Wahrheit, tatsächlich um Macht. Denn, so Jean-Claude Juncker, wenn es schwierig wird, muss man lügen. Nun hat sich der Rechtsextremismus in die Mitte der Gesellschaft hineingefressen, wie die Ex-Stasi-IM Annetta Kahane von der mit Steuermillionen gepamperten Amadeo-Antonio-Stiftung im ARD-Nachtmagazin sekundiert von Stichwortgeberin Gabi Bauer unwidersprochen von sich geben durfte. Und jetzt im Internet können die Leute machen und reden, wie sie wollen. Sie bezahlen so etwas. Mit dem Verbot staatsfeindlicher Hetze hat die DDR Oppositionelle weggesperrt. In der Nazizeit gab es das heimtückige Gesetz. Googeln Sie mal den Gesetzestext. Mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz bereitet Justizminister Maas jetzt den gravierendsten Anschlag auf die Meinungsfreiheit vor, den die Republik seit Adenauers Versuch, ein Staatsfernsehen zu gründen, erlebt hat. Adenauers Vorhaben scheiterte vor dem Verfassungsgericht und dies prophezeie ich auch dem Projekt von Maas. Das Gesetz wäre verfassungswidrig und europarechtswidrig. Es ist auch überflüssig. Es enthält keine neuen Verbote. Wenn Gerichte und Staatsanwaltschaften hinreichend ausgestattet wären, könnten sie alle Straftaten verfolgen. Auch die von Facebook, wenn es strafbarer ist, nicht löscht. Stattdessen plant Maas auch noch einen Generalangriff auf die Gewaltenteilung. Nicht Gerichte sollen über Strafbarkeit entscheiden, sondern juristisch ungebildete Löschkommandos von Facebook, die aus Panik vor Geldbußen von bis zu 50 Millionen Euro alles löschen, was Denunziationskommandos melden. Die Kollateralschaden, die diese Säuberungswelle bei der Meinungsfreiheit verursachen wird, werden ungeheuerlich sein. Wir stehen vor einer Privatisierung der grundgesetzlich verbotenen Zensur, die durch gigantische Bußgelder erpresst wird. Maas nötigt mit seinem Gesetz zu Löschungen bis weit in den Bereich des Zulässigen hinein. Verfassungswidrig auch das. Maas will eine Kirschinfrastruktur schaffen, wie wir sie aus China oder der Türkei kennen. Eine Elite im Kontrollverlust, der die Herrschaft über den politischen Diskurs und die Deutungshoheit entgleitet und die mit einem verfassungswidrigen Gesetz zum Gegenangriff ansetzt. Unsere bestehenden Gesetze genügen, um Strafbares im Netz erfolgreich zu bekämpfen. Aufgabe der Politik wäre es allein, die Justiz hinreichend auszustatten, statt Kosten- und Rechtsdurchsetzung zu privatisieren. Der drohenden automatisierten Massenvernichtung freier Rede bedarf es nicht. Heiko Maas und die Bundesregierung werden sich in Karlsruhe eine demütigende Niederlage einfangen.